Hallo, dalle, 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 dalle. Servus und hallo zu 889 FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Endlich wieder eine reguläre Ausgabe mit Gästen und deswegen freue ich mich, den Tobi und den Lukas begrüßen zu dürfen. Servus, hallo. Hallo, servus. Ja, Tobi, du warst Feuer und Flamme, endlich wieder im Podcast zu sein. Du hast heute hoffentlich einige Thesen mit dabei. Ja, mittlerweile ist die Wut wieder ein bisschen verraucht. Also ich bin wieder ein bisschen gemäßigter, aber ich freue mich auf die Diskussion heute, ja. Und Lukas, hast du wilde Thesen dabei? Schauen wir mal, was sich im Gespräch ergibt. Also theoretisch haben wir fünf Spiele zu besprechen, aber ich habe ja letzte Woche eine eigene Ausgabe gemacht. Also deswegen vielleicht ein bisschen aktueller brauchen, aber vor allem Münster und Paderborn hat uns, glaube ich, alle richtig aufgeregt. Und vielleicht könnte man maximal bei Paderborn einsteigen. Und Fortuna Düsseldorf hätte ich dann auch noch ein paar Sachen zu sagen. Aber genau, also vielleicht, wenn du mal denn vor allem nach Paderborn, Tobi, warst du relativ sauer, auch im Discord. Ist das aufgefallen? Ja, das ist ein bisschen aufgefallen. Und vielleicht ordnest du deine Gedanken vor allem nach dem Paderborn-Spiel mal ein. Also ich weiß ja nicht. Also ich finde ja, wenn man die Qualität nicht hat, dann ist das alles okay. Ich finde, wenn man einfach nicht gut genug ist, dann ist das einfach so. Wenn man die schlechtere Mannschaft ist, dann ist alles in Ordnung. Aber ich finde, dann muss man halt trotzdem 100 Prozent Leistung zeigen und wenigstens alles tun, was möglich ist. Und das Gefühl hatte ich halt einfach nicht gegen Paderborn. Das war wirklich kein gutes Spiel von der Leistung her, was ich verkraften würde, aber halt auch vom Einsatz her nicht. Und was da teilweise vorgefallen ist, wie wie Slapstick teilweise da Fußball gespielt worden ist, das verstehe ich halt einfach nicht. Und da werde ich dann teilweise einfach wirklich sauer, weil wir halt Fans sind natürlich, aber wir sind ja auch irgendwo zahlende Kunden und das funktioniert halt dann da einfach nicht. Also hast du dann aber, weil jeder, was heißt jeder, aber vor allem die Beyerlorzer und Enochs haben eine deutliche Verbesserung dann gegen Düsseldorf gesehen. Würdest du es so unterschreiben? Ja, das würde ich schon so unterschreiben, aber das haben wir ja schon mal gehabt. Also das Spiel gegen Kasselslautern war ja defensiv auch nicht schlecht. Nach vorne ging nichts, werden wir gleich noch drüber sprechen, aber das war auch in Ordnung. Da habe ich auch niemandem irgendwie einen Vorwurf gemacht, dass er da keine Leistung zeigt oder alles für den Jahn gibt oder so. Aber dann war halt das Spiel drauf, eben Paderborn. Und ja, jetzt gab es diese Leistungssteigerung, aber jetzt kommt halt wieder ein neues Spiel und da fängt es wieder von Null an. Hast du irgendwie analysiert, an was es vielleicht noch liegt, außer an mangelnden Einsatz? Also die Qualitätsfrage werden wir bestimmt gleich noch stellen. Nein, aber ich finde, das sind so viele Felder, die wir da aufmachen müssten, dass wir vielleicht mal irgendwie einfach einzelne Felder nacheinander einfach abfrühstücken. Also da gibt es, glaube ich, keinen großen Hauptgrund. Wenn es den gäbe, könnte man den abstellen. Aber neben der Qualität müssen wir vielleicht auch mal ein paar andere Dinge beleuchten. System, Personal, Trainer und so weiter und so fort. Müssen wir im Laufe der Sitzung mal drüber sprechen. Lukas, wirst du zustimmen? Ich würde dem uneingeschränkt zustimmen, ja. Tatsächlich, wir gehen ja eh gleich darauf ein. Tobi hat schon vorweggenommen, dann beteilige ich mich auch. Genau, du hast ja eine super Tagesordnung, von daher will ich ja. Ja, meine Tagesordnung fängt Ausfall Außenverteidiger an. Ich persönlich würde halt einfach nur das Fazit sagen, ich habe es euch doch gesagt. Ja, ich auch. Keine Ahnung, mit so viel verletzungsanfälligen Außenverteidigern und Innenverteidigern in die Saison zu gehen, war halt irgendwie risikobehaftet. Dieses Risiko ist mir eingegangen, es ist mir auf die Schnauze gefallen und was ich am meisten nicht verstehe und deswegen habe ich sehr, sehr große Hoffnungen gegen Nürnberg, warum man Jonas Bauer nicht eingesetzt hat. Bei beiden Augsburg-Testspielen, beim Unterhagen-Testspiel, hat er immer seine Gegner schwindelig gespielt. Er ist auch kein Torgarant, also das ist keiner in dieser Mannschaft, aber er hat da gegen seine Gegenspiele immer gute Freistöße rausgeholt, war giftig und das ist eben auch was, was mich bei Brian Hain eben auch aufregt, dass er eigentlich Offensivqualitäten hat, aber sich nicht über die Mittellinie traut, aber hinten dann einen Bock nach dem anderen macht. Da würde ich mir halt ein bisschen mehr Frische wünschen und mit Wurm hat es jetzt eigentlich auch geklappt, mal die Gelb-Rote abgesehen, aber da war es eh schon wurscht. Aber ja, das hätte ich mir früher gewünscht und jetzt bleibt ihm, glaube ich, gar nichts anderes übrig, als jetzt auch mal endlich unseren 1889-FM-Liebling Jonas Bauer in den Ring zu werfen. Aber das ist ja im Endeffekt genau, was du sagst. Also es kommt ja zu der Verletzungsmisere, jetzt eben auch noch diese Gelb-Rote beziehungsweise Rote Kahl dazu, also dass Spieler gesperrt sind. Im Endeffekt stellt sich ja dann die Personalsituation ja eigentlich relativ klar dar und ja, im Endeffekt stellt sich auch die Abwehrreihe schon von selbst auf, was uns natürlich auch wieder in einer gewissen Art und Weise ausrechenbarer macht, als wir vielleicht eh schon sind. Ist natürlich alles im Gesamtgemenge oder im Gesamtkonstrukt nicht wirklich förderlich. Ja, das stimmt schon. Vor allem wird halt jetzt auf jeden Fall ein Spieler spielen, der links hinten nicht ausgebildet ist. Das heißt, es wird irgendeine B-Lösung quasi kommen und die ist halt, wenn wir eh schon qualitativ hinterherhängen, nicht sonderlich gut. Egal, ob es jetzt der Jonas Bauer sein wird, ob es Christian Vieth sein wird, vielleicht spielt ja Bene Sala wieder links hinten, weil dann Robin Ziegele irgendwie nach rechts geht oder so. Es gibt ja verschiedene Optionen. Vielleicht ist es halt auch wieder Kota, wenn man mit Fünferkette spielt und dann spielt er mit drei Innenverteidigern. Also ich weiß noch nicht genau, ob es so klar ist, wie wir am Freitag spielen. Allerdings ist ganz klar, dass wir qualitativ jetzt noch weiter quasi zurückstecken müssen, weil Brian Hain immerhin ein Flügelspieler gewesen wäre, aber der jetzt gesperrt ist. Natürlich auch ein Qualitätsverlust im Vergleich zu Oskar Schönfelder natürlich, aber jetzt haben wir überhaupt gar keinen von der linken Seite mehr und jetzt ist da so ein bisschen Ideenreichtum gefragt. Ja, ein großes Problem, was ich halt immer gesehen habe, ist, dass es sich nicht anfühlt, als wären wir eingespielt, obwohl die meisten sich schon über ein Jahr kennen. Am meisten hat es mich eben am 2-0 aufgeregt. Die, die im Discord sind, haben die Diskussion gestern Abend vielleicht noch miterlebt. Für mich ist eindeutig Baller schuld, für andere ist Bräunig schuld, aber unterm Strich ist es halt wieder so ein Ding. Keiner von denen hat eine Ahnung, wer wen nehmen soll. Ja, genau. Normalerweise würde ich jetzt mal behaupten, wenn man ein Jahr zusammen trainiert und zusammenspielt, passiert das einfach blind. Da muss man sich nicht groß absprechen. Und bei uns stehen die beide an dem gleichen Mann. Der Ballers denkt, der Ganaus deckt ihn schon, der Bräunig denkt, ich bin ja an meinem Mann dran. Keiner sagt was. Auch der Torhüter ordnet seine Leute nicht da vorne. Also das ist wirklich peinlich dafür, dass die Leute sich schon über ein Jahr kennen. Also das ist für mich unerklärlich, wie sowas passieren kann. Ja, sorry. Ja, sind ganz viele Abstimmungsfehler, auf viele, weiß nicht, ob man zwischen leichten und nicht leichten Fehlern unterscheiden kann. Aber ja, es sind ganz viele leichte Fehler, auch in den vorhergehenden Spielen. Münster, Lautern hat einigermaßen gut geklappt, wie gesagt, eben auch im Paderborn, auch zuletzt jetzt gegen Düsseldorf. Und das, ja, es klingt so hart, aber vielleicht ist es am Ende auch einfach so einfach und so hart. Das ist halt nicht Zweitligatauglich. Das muss man Stand jetzt einfach so festhalten. Ja. Ohne das Böse zu meinen. Ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt ganz bestimmt Personen irgendwie ausmachen muss, ob wir jetzt uns die Köpfe einschlagen, ob es jetzt Ballast oder Bräunig war oder Garnhaus, der ja auch irgendwie rumsteht wie Falschgeld. Das würde auch nicht weiterhelfen. Genau, aber Fakt ist halt einfach, da hat die Zuordnung nicht gepasst. Und da steht dann einfach ein Gegner pudelnackt im Fünfer. Und das kann es einfach nicht sein. Und das ist aber auch ja genau das, was du sagst, schon öfter passiert. Also schauen wir auf Münster, das haben wir beide kommentiert. Wenn ich jetzt nochmal auf unseren Spickzettel schaue, immer dasselbe Prinzip, immer die Bälle über außen, weil ganz einfach von der Grundlinie zurückgelegt stehen immer zwei, drei Leute pudelnackert, wie du sagst, und schieben die Kugel einfach nur noch ein. Und das passiert so häufig, ja, wo man echt sagen muss, okay, das hat was mit einer taktischen Einstellung zu tun, das hat was mit einer Abstimmung auf jeden Fall zu tun, aber es ist faktisch einfach viel zu leicht, ja. Es darf nicht passieren, aber die Dinge passieren nochmal und darum stehen wir unterm Strich, im wahrsten Sinne des Wortes unterm Strich auch da, wo wir aktuell stehen. Kurz Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Damit ihr sowohl körperlich als auch mental fit bleibt, lohnt es sich, natürlich trainieren zu gehen und im Rebest Fitness Club werdet ihr dann auch maximal betreut, eigenen Trainingsplan, ihr bekommt immer halbjährlich eure Daten, wenn ihr wollt, also mit Körperfett und allen drum und dran. Es gibt natürlich auch immer die aktuellsten Geräte und alles, was man von einem modernen Fitnessstudio erwarten kann. Wenn ihr dort mal reinschnoppern wollt, dann schaut in die Shownotes und kontaktiert den Rebest Fitness Club über WhatsApp, Kontaktformular oder wie früher per Telefon. Alle Informationen dazu wie gesagt in den Shownotes und wenn ihr dann doch einen Vertrag abschließen möchtet, dann vergesst nicht 1889FM beziehungsweise Jahn-Podcast zu erwähnen, dann bekommt ihr nicht nur einen vergünstigten Tarif, sondern auch zwei Sitzplatztickets von unserem aller Lieblingsverein. So, jetzt geht's weiter in der Folge. Deswegen fand ich die Pressekonferenz heute ein bisschen besser. Ich fand, Joe Endox hat die letzten Wochen eigentlich ja ausgesehen, als hätten wir ihn verprügelt oder auf dieses Pressekonferenz-Protest hingeprügelt. Heute war er tatsächlich relativ locker und hat auch ein bisschen, was heißt tiefer analysiert, aber ist zumindest mal aus seinen Plattitüden und aus seinen 5-Euro-Phrasenschwein Gerede rausgekommen und hat so ein bisschen was benannt und keine Ahnung, vielleicht ist dann doch die Woche so ein bisschen auch, ja, was passiert in, ja, keine Ahnung, dass sie sich jetzt wirklich ernst genommen haben und sich reflektiert haben, was falsch läuft und sehen für sich jetzt eher den Ausweg, weil, was ja auch eklatant war und da kann man, weiß ich nicht, ich glaube, das kann man irgendwann mal nicht mehr umkehren, diese Einstellung, dieses, wir kriegen das 1-0 und jeder weiß, wir verlieren es. Das macht ja auch was mit dir. Du hast ja auch gegen Düsseldorf gemerkt, wir fangen das 1-0 blöd durch eine Standardsituation, unser allererstes Standardtor in der Liga diese Saison, das ist saubitter und danach hättest du noch 2-3-0 fangen können, also danach sind wir brutal auseinandergebrochen, wieder diese Psyche, also keine Ahnung, Bräunig davor, ich hab ihn davor gelobt, der hatte so eine geile Grätsche gemacht, dann ist er in so einen Ball reingesprungen, weil sonst wäre sein Gegenspieler sofort vor ihm frei gewesen, vor Gippert und dann macht er, ist ja auch ein großer Teil sein Fehler gewesen, diese Zuordnung bei der Ecke und dann kommt er ins Grübeln und macht einen Fehler nach dem anderen, über die Seite sind drei schwierige Angriffe gekommen, innerhalb von vier Minuten, die hätten locker noch 2-3-0 von der Pause schießen können und diese Psyche, das ist wirklich krass, keine Ahnung, wie man das wieder abstellt und da braucht man irgendwann mal, glaube ich, diesen Hard-Reset und das geht dann am Ende beim Fußball halt nur über einen Trainer, so blöd wie es klingt, weil du glaubst halt auch selber nicht mehr an dich, natürlich wird es ein, keine Ahnung, wenn man mal 3-0 hinten liegt und 4-3 gewinnt, wäre das auch ein Hard-Reset, aber wie wahrscheinlich ist das und deswegen, mir fällt bald nichts mehr ein, außer immer wieder zu sagen, die Joe Enox und Bayer Lortz haben es halt verbockt und dann müssen sie es halt leider auch irgendwann ausbaden, wenn es nicht besser wird. Unser einziger Trumpf ist, wenn du gegen Nürnberg gewinnst, könntest du schon wieder anknüpfen, oben gegen Ulm und Münster und wie sie alle heißen, also dass es da unten halt so eng ist, ist ein absoluter Pluspunkt für uns, aber deswegen darfst du nicht trotzdem, weiß ich gar nicht, wie viele Spiele am Stück hintereinander verlieren und halt gegen lauter nur unentschieden spielen. Aber das zeigt ja auch im Endeffekt einfach diese brutale Verunsicherung, die im Moment da ist, wie du schon sagst, wenn man gleich nach einem 1-0 dann so auch jetzt mehrfach auseinanderbricht, also das ist ja mal der erste Punkt, der da zu bemängeln ist. Ja, du hast jetzt jetzt schon grundsätzlich diese, ich nenne es jetzt, ja, es ist im Endeffekt eine Trainerdiskussion schon mal angebrochen. Es gab, ist noch gar nicht so lange her, hat auf jeden Fall Marco Grüttner noch gespielt, lass es 5, 6, 7 Jahre her sein, ich weiß es nicht mehr. Da hatten wir eine Saison, wo wir glaube ich, ich weiß es nicht, am Ende der Saison glaube ich, haben wir 21 Punkte oder sowas in dem Dreh nach Rückstand aufgeholt. Und ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, da haben wir, da ist es 1-0 oder es 2-0 gefallen und es war trotzdem klar, wir machen das noch. Wir holen mindestens noch einen Punkt, wenn nicht sogar 3 und so war es dann am Ende auch. Und dieses Gefühl, das hast du halt im Moment gar nicht, weil du, wie du schon sagst, du weißt, okay, du fängst das 1-0 und es ist eigentlich kein, also die Messe ist gelesen. Und das ist eigentlich echt so, ja, total schade, weil eigentlich das auch so die Tugenden des Jansche immer verkörpert. Ja, es heißt nicht umsonst bodenständig, glaubwürdig, auch kämpferisch und das, zumindest das Kämpferische, das fehlt halt einfach aktuell und das ist halt einfach schon bedenklich, gerade auch in so einer umkämpften Liga, gerade auch mit diesen Gegnern, wo du einfach, wir, die es vielleicht auch qualitativ, gar kein Vorwurf, aber qualitativ auch nicht so spielerisch lösen können wie Düsseldorf, wie Hamburg, wie sie alle heißen, da müssen wir es halt einfach über das Kämpferische, über die Mentalität kommen und das tun wir aktuell nicht. Beziehungsweise nicht über 90 Minuten, weil ich jetzt das gegen Düsseldorf schon recht ordentlich fand, beispielsweise da dieser Ball, den der Hottmann da noch nachläuft, der geht eigentlich links zielgerichtet in Richtung Eckfahne und der sprintet von der Mittellinie zurück, Kastenmeier ist verwirrt und wenn wir dann nicht noch 50 Pässe wieder hinten rumspielen, könnte das eigentlich gefährlich werden und so jemand, oder solche Bälle hätte jetzt nicht jeder aus den vorherigen Spielen irgendwie, wäre jetzt nicht eben nachgetrieben. Von daher, das hat da gepasst bis zum, bis zur Schlussphase im Endeffekt und dann sind wir eben wieder zusammengebrochen. Ja, diese, diese Platzverweise sind ja sinnbildlich dafür, dass dann entweder der Glaube fehlt, die Konzentration fehlt oder ja, die Motivation. Weil man eh weiß, okay, wir schießen keine Tore. Ich meine, ich kann es verstehen, ja, dass man sagt, okay, wir versuchen so lange wie möglich 0 zu 0 zu halten und dann vielleicht mit Glück irgendwie ein Tor zu erzielen. Dann können wir dicht machen und das über die Zeit bringen. Aber wir haben halt ein Tor erzielt in dieser Saison, dass man da nach einem 0-1 nicht mehr dran glaubt, dass man das Spiel noch drehen kann gegen Fortuna Düsseldorf, seines Zeichen Tabellenführer und wahrscheinlich auch Aufsteiger in die Bundesliga, ist schon auch klar. Ja. Ich habe tatsächlich heute, wenn ich da kurz eingrätschen noch darf, oder mich in den letzten Tagen eben mit ein paar Freunden unterhalten, die den Jahren auch sehr intensiv verfolgen und da gab es eine These, über die ich ein bisschen nachgedacht habe und jetzt würde ich gerne eine These in den Raum werfen, ohne zu wissen, ob sie stimmt oder nicht, dass wir vielleicht zusammenbrechen, immer nach so einem 0 zu 1 oder 0 zu 2, dass das vielleicht gar nicht mit der Mentalität etwas zu tun hat, sondern, und dafür würde auch die Laufstatistik sprechen, dass wir einfach körperlich nicht fit sind. Also nur mal in den Raum geworfen. Ich weiß es nicht, ich habe da lange drüber nachgedacht, ich bin nicht zu einem Entschluss gekommen, weil ich es auch einfach nicht weiß und nicht nah genug dran bin, aber vielleicht ist da was dran, ich weiß es nicht. Da habe ich ja letzte Woche versucht, statistisch irgendwie was reinzubekommen, aber das ist halt schwierig, es ist brutal schwierig, weil... Du kannst ja die Laufleistungen nicht irgendwie in der ersten Halbsen, in der zweiten anschauen, sondern du hast immer bloß quasi nach 90 Minuten und da... Das wäre mega interessant anzuschauen natürlich, wo da vielleicht irgendwie verhältnismäßig was einbricht, ob die Sprints weniger werden, aber wir sehen ja immer bloß die Statistiken pro Spiel. Du bräucherst die Daten von denen in den Brustgürteln und am besten halt auch noch von Saisons zum Vergleichen, wo es eben gefühlt nicht so war, weil letzte Saison war es ja gefühlt so, ab der 80. Minute haben wir die Spiele erst richtig angegangen, weil wir noch eine zweite Luft haben. Ja, stimmt schon. Und dieses Jahr fühlt es sich so an... Aber es ist die gleiche Mannschaft im Endeffekt mit wenigen Ausnahmen. Ein anderer Fitnesscoach. Wir haben den Fitnesscoach getauscht. Ja, gut möglich. Also weiß ich nicht. Gut, also wir müssen jetzt nicht auf den Fitnesscoach schieben, aber... Aber wenn ich mir zum Beispiel Brian Hain so anschaue, der hat jetzt gegen Düsseldorf eins seiner besseren Spiele gemacht, aber trotzdem seine defensiven Patzer dabei gehabt, wo er dann im Strafraum plötzlich umeinander irrt und dann der Düsseldorfer frei vor Geppert irgendwie auftaucht. Und das war schon vorher auch im Spiel der Fall. Ich weiß nicht, ob da so ein Leistungsabfall, so ein körperlicher Leistungsabfall zu beobachten ist. Ich finde, da hätten wir punktuell einfach grundsätzlich immer so unsere Patzer da. Aber das wäre mega spannend, wenn wir mal da eine Datengrundlage hätten. Aber diese Datengrundlage würde das Trainerteam ja haben. Die haben ja, die messen das ja die ganze Zeit. Aber interessante These auf jeden Fall. Vor allem, wenn du es dann rausgefunden hättest, dass das ein Problem ist, hättest du ja zumindest in der Spielpause was machen können, weil natürlich unter so einer Woche, du spielst Samstag und Freitag wieder, kannst du keine Konditionsbolzen, das geht einfach nicht. Aber genau, du hättest dann vielleicht in der Länderspielpause was machen müssen. Und wir sind ein bisschen läuferisch besser geworden. Also die ersten drei, vier Spieltage, die waren schon unterirdisch, auch von der Gesamtlaufleistung. Das ist besser geworden. Vielleicht hat man es in der ersten Länderspielpause dann nochmal nachgeholt. Ja, vielleicht. Aber dann ist das vielleicht sogar schon das psychische Kind im Brunnen gefallen. Dann kannst du nicht mehr über läuferische Mentalität kommen, wenn du eh schon immer denkst, ja, leckst mich doch am Arsch, wir schießen doch eh kein Tor, jetzt haben wir wieder das 1-0 dumm kassiert. Vor allem ist ja immer, wir kassieren es ja dumm. Das ist ja nicht, dass uns jemand so krass daher spielt, sondern es ist dann ein Standard oder jemand vergisst, seinen Spieler zu decken. Wir verlieren den Ball im Aufbau. und dann verlieren dann manchmal auch, keine Ahnung, oder verzweifelst du halt, wenn, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel war es, Münster, wo Bröger dann den Riesenfehler macht, der eigentlich sonst nicht den Fehler macht. Padamor. Ach, Padamor. Ja, und dann kommst du halt auch als jemand, der gerade mit sich selbst zu kämpfen hat, vielleicht jemand wie Ballers oder so, zum Kotzen halt. Kommst halt dann ins Grübeln und verlierst völlig die Konzentration und dann ist es sauschwer, den Schalter umzulegen und wir haben jetzt halt auch, ich habe ihm ja vorgeworfen, Endox, dass er brutal ausrechenbar ist. War er gegen Düsseldorf nicht. Ja. Da hat er was versucht. Da hat er auch versucht, anscheinend auch, dass er auf der Bank noch Optionen hat und nicht immer die komplett erst beste Elft aufstellt und dann immer abfällt. Und das hat auch alles nicht geholfen. Also ich wäre jetzt langsam auch verzweifelt als Trainer. Du hast jetzt alles schon mal mindestens einmal probiert, außer Jonas Bauer. Aber sonst hast du mindestens einmal alles probiert und alles ist schiefgegangen. Jetzt musst du wieder von vorne mit deiner Trickkiste anfangen und ja, keine Ahnung. Also wenn es jetzt gegen, um ein bisschen vorauszugreifen, also wenn es gegen Nürnberg nicht klappt, dann hast du eigentlich nur noch die Patrone gegen Elversberg und ja, sonst kannst du eigentlich die Hinrunde fast abschreiben, weil also dann müsste ja sogar der größte Optimist irgendwann mal sagen, ja jetzt werden wir nie wieder einen Punkt holen. Ja, es wird ja jetzt auch schon schwierig. Ich meine, wie viele Punkte Rückstand haben wir? Drei? Mal schnell mal gucken hier, ich habe es ja da. Was eigentlich eh schon, wie du es gerade eben gesagt hast, sauviel Glück ist. Ja, drei Punkte, genau. Dass da hinten noch nichts passiert ist, also das ist ja auch Wahnsinn. Aber es heißt halt trotzdem nicht, nicht, dass wir nur noch drei Punkte holen müssen und das sind wir safe, sondern wir müssen halt jetzt immer drei Punkte mehr holen als die Kollegen aus Ulm, aus Braunschweig, Münster. Richtig. Schalke-Darmstadt würde ich jetzt tatsächlich mal nicht zu den Abstiegskandidaten zählen, aber das sind schon die vier, die jetzt da unten auch drin sind. Da müssen wir drei Punkte mehr holen und ich habe das ja im Discord auch schon mal vorgerechnet. Gehen wir mal davon aus, wir brauchen diese 40 Punkte, dann brauchen wir jetzt im Schnitt 1,44 Punkte pro Spiel. Das bedeutet, wir müssen, wenn wir die 40 Punkte wollen, jedes zweite Spiel gewinnen. So stark haben wir jetzt den Saisonstart schon in den Sand gesetzt. Was heißt Saisonstart? Es ist fast ein Drittel der Saison um und wir haben vier Punkte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch mit 34 Punkten oder so bist. das weiß man ja immer nicht, aber für die 40 Punkte. Aber selbst dann brauchst du fast jedes dritte Spiel in den Sieg. Richtig. Für die 40 Punkte brauchst du jetzt jedes zweite Spiel in den Sieg und da fehlt mir jetzt schon so ein bisschen die Fantasie und wenn wir jetzt dann die Spiele gegen Nürnberg und Elversberg auch nicht gewinnen, gute Nacht, Johanna. Achso, das war jetzt die Folge, weil das war eigentlich das Fazit, weil du hast recht, wenn du nicht langsam zu Punkten anfängst, kannst du dich an den Kopf stellen und die beste Rückrunde des Jahrzehnts spielen und wahrscheinlich schreibst du dann trotzdem ab. Und du wirst nicht mehr zehn Spiele hintereinander gewinnen, wie wir es letzte Saison hatten. Ja, also so wie du es ausgerechnet hast. Ja, ist vollkommen wahr. Und vor allem die Probleme, die wir haben, sind ja nicht nur Pech. Es ist ja nicht so, als hätten wir tausend Chancen und da wäre immer noch ein Bein dazwischen und dann ist da der Pfosten und dann ist da irgendwie der Grashalm irgendwie mit einem falschen Winkel abgeknickt, sondern wir haben halt einfach neben dem Defensiven, was ja häufig jetzt zum Schluss auch passiert, einfach ein verdammtes Offensivproblem. Und das lässt sich nicht so einfach lösen und ich glaube auch nicht, dass der Knoten einmal platzen muss, sondern das ist ein großes Problem. Wir sind offensiv einfach qualitativ im Vergleich schlechter als alle anderen und das zeigt sich eindeutig. Aber ist es ein strukturelles Problem, so ein Anox-Spielproblem, weil ich meine, wir haben ja dieses Problem auch in der Rückrunde gehabt, haben jetzt halt, weiß ich nicht, vier oder fünf neue Offensivkräfte gekauft, kannst du jetzt im Kopf gerade nicht durchzählen und weil das Problem ist ja offensichtlich erkannt worden, haben auch Qualität geholt und schießen trotzdem keine Tore. Ja, das kommt jetzt drauf an. Also ich habe ihm auch ursprünglich mal vorgeworfen, dass er halt zu wenig versucht und immer den gleichen Stiefel spielen lässt. Jetzt hat er gezeigt, dass er auch wirklich mal ein bisschen umplant, andere Leute aufstellt, irgendwie auch mal ein anderes Spielsystem, andere Taktik vorgibt. Die Frage ist halt, warum schießen wir keine Tore? Haben wir keine Chancen oder vergeigen wir die Chancen? Ich glaube, das ist so eine Mischung einfach. Wenn wir uns die X-Golds zum Beispiel anschauen oder die Schüsse aufs Tor, dann glaube ich, dass ein großes Problem auch ist, dass wir kaum wirklich hundertprozentige Torchancen kreieren. Wir haben, ich glaube, genau 100 Torchancen jetzt in dieser Saison gehabt. Also geht quasi jede 100 Torchancen rein. Das müssen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind aber Chancen, wo halt ein Spieler aus 16 Metern auch mal 5 Meter drüber kickt. Und wenn wir uns die Schüsse aufs Tor anschauen, also die Schüsse, die, wenn der Torhüter nicht da wäre, reingehen würden, haben wir halt noch weniger. Dann hatten wir gegen Paderborn einen, gegen Kaiserslautern zwei, gegen Düsseldorf angeblich fünf, wobei ich nicht ganz genau weiß, wo die alle herkommen. Das war jetzt dann vergleichsweise viel. Diese komische Hacke vom Garten aus zählt vielleicht. Wahrscheinlich, aber der ist ja angeschossen worden vom Kastenmaier. Auf alle Fälle ist das schon mal ein großes Problem und das wäre dann eher was Strukturelles, dass wir uns keine hundertprozentigen Torchancen erspielen. Zumindest jetzt die, die im Gro. Wenn wir X-Goals anschauen, ja, 0-3-8 gegen Paderborn, 0-5 gegen Kaiserslautern, ja, da sind halt die Chancen nicht da. Und dann, und das war die Situation, die mich auch am letzten Samstag so wütend gemacht hat, haben wir mal eine hundertprozentige und die vergeigen wir dann. Und dann muss ich sagen, Welch genau? Meinst du die, wo dann doch Abseits war von Garnhaus? Ich meine die Chance von Noah Garnhaus, die wäre natürlich Abseits gewesen, aber das ist doch auch was. Dann hättest du mal ein Tor gemacht, dann wäre es Abseits gewesen, aber dann weißt du, du kannst es doch. Aber jetzt mal wirklich, bei allem Respekt, das ist ein Stürmer, von dem ich glaube oder dem ich die Qualität zuschreibe, dass er ein Killer ist. Aber, dann läuft er frei auf den Torhüter zu. Mittig. Und was macht er? Er schießt einen Kastenmeier an. Entweder sind ihm die Nerven durchgegangen, das ist der eine Grund, dass er nicht mehr weiß, wo er hinschießen soll, dann wäre es ein Problem, dann dürfte er eigentlich jetzt die nächsten Spiele nicht mehr spielen. Oder er ist so hochmütig, dass er meint, in dieser Phase jetzt einen gegnerischen Torhüter tunneln zu müssen. Und dann dürfte er eigentlich auch nicht mehr spielen. Und das verstehe ich nicht. Er war ja nicht mal auf Tunnelhöhe, dann hat er sich vielleicht in seinem Kopf, lupfe ich, tunne ich, und dann schieße ich auf die Brust. Er konnte sich da nicht entscheiden. Und dann verstehe ich einfach nicht, du läufst auf den Torhüter zu, du bist jemand wie Noah Garnos, der wirklich einen Wumms hat. Der stolpert ja schon manchmal umeinander, aber als Mittelstürmer habe ich ihn eigentlich wirklich qualitativ vorne gesehen, vor manchen Kollegen bei uns im Sturm, weil er einfach vor dem Tor eiskalt ist und einen Wumms hat. Warum kann der den nicht versenken? Und das verstehe ich einfach nicht. Da muss ich eine kurze Anekdote loswerden. Ich war jetzt zweimal mit meinem Kumpel eben auf dem Bolzplatz, um mich wieder fit zu machen für die bunte Liga. Auf die Pointe bin ich gespannt. Und der, da haben wir auch so gemacht, der läuft auf mich zu, versucht Bär auszuschwanzen und ein Tor zu schießen. Der hat kein einziges Mal ein Tor geschossen und dann hat er gesagt, er versteht nicht, warum ich so gut da drin bin. Da habe ich zu ihm gesagt, du hast kein einziges Mal in die Körpertäuschung gemacht. Ich wusste immer, wo du hinläufst. Also ich dachte, ich habe da auf Hockey-Tore gespielt. Nee, ja genau, ich war so dick, dass er lieber weinkommen ist. Das habe ich nicht gesagt. Genau, aber so kommt mir das auch vor. Er läuft geradeaus auf den Torball zu und läuft dann in ihn rein. Keine Körpertäuschung, kein Versuch, den Ball vorbeizulegen. Ja, keine Ahnung. Also das ist, wie soll es dann auch funktionieren? Das lag jetzt nicht daran, dass der Kastenmeier so gut war. Der Kastenmeier ist ein guter Torhüter, aber ich hatte jetzt auch keine hundertprozentige, die er gehalten hat. Also fällt mir keiner ein. Nee. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich finde Noah Garners auch super. Ich mag den. Ich bin da echt ein Fan von dem, weil ich den, ja, ich finde den einfach gut und auch wie du gesagt hast, der hat so was kaltschnäuziges, hat er auch in der dritten Liga bewiesen, aber ja, warum es jetzt oder speziell in dieser einen Situation nicht geklappt hat. Das ist nur ein konkretes Beispiel. Also von den wenigen hundertprozentigen, die wir haben, ja, es war wahrscheinlich Abseits, wobei der Schied sich da natürlich gewinkt hat. Also wir wissen nicht, ob es im Nachhinein doch noch kein Abseits gewesen wäre. Habe ich auch nicht mehr gefunden in den Aufzeichnungen, also weil sie es ja nicht zeigen. Aber woran es liegt? Und das ist dann auch wieder eine Kopfsache. Du weißt doch dann als Spieler, hey, das war die Chance und die hast du wieder verkackt. Und dass du danach einfach nicht mehr zu Pötte kommst. Ja, oder auch dieser Kopfball von Bräunig. Normalerweise zimmerst du den halt einfach rein und wir zimmern ihn wieder an die Latte. Das ist halt symptomatisch für unsere Situation. Ernst ist ja auch ganz am Anfang, der erste Halbzeit von dieser Hain-Vorlage da. Was waren das? Elf Meter? Und da wartet er 100 Jahre, bis jemand vor ihm steht. Zweimal und dann schießt er halt einen Verteidiger an. Um jetzt ein bisschen von Noah Garno aus den Bashing weg zu können, was mir wirklich fernliegt, aber die ganzen klaren Chancen, die wir dann bekommen, wir bekommen nicht viele Chancen, das war ja die Ausgangsfrage, woran liegt es? Wir bekommen nicht viele Chancen, aber die Chancen, die wir dann bekommen und dann bin ich beim Personal, ja, Qualität des Personals einfach, gut, Sebastian Ernst ist kein Stürmer, aber das verhauen wir dann. Ja, genauso wie gegen Paderborn, wo Kühlwetter einen Meter vor dem Torwart steht und ihn völlig in die Fresse schießt, also, aber was mir generell noch aufgefallen ist, im Vergleich zum letzten Jahr, letztes Jahr war sehr oft der Dosenöffner ein Fernschuss, zweimal Salah, glaube ich, Krota, Fried hat das ja oft gemacht und ich hab, also, dieses Jahr hab ich zum einen sehr wenige Fernschüsse gesehen und zum anderen so, dass man so ungefähr drei Sekunden vorher schon weiß von an der Körperhaltung, ah, jetzt schießt er gleich, das weiß natürlich der Verteidiger und der Torwart auch, also, da kommt nichts aus der Hüfte, und das ist krass. Aber es sollte halt klar sein, ja, wir haben jetzt neun Ligaspiele, zehn Saisonspiele, wir haben kein einziges Tor aus dem Spiel heraus erzielt, in zehn Spielen, wir haben zwei Standardtore gemacht, im Pokal und gegen Ulm einfach und ich hab's mir gerade mal ausgerechnet, wenn wir das Pokalspiel mitrechnen, sind wir seit zehneinhalb Stunden, Zeitstunden, ohne Tor, wenn wir das Pokalspiel rauslassen, sind wir seit elfeinhalb Stunden in der Liga ohne Tor, das heißt, wir stehen da Woche für Woche im Stadion, schauen den elf Rot-Weißen beim Fußballspielen zu und haben seit elfeinhalb Stunden nicht mehr gesehen, was eigentlich der Zweck von Fußball ist, nämlich, dass das Hund ins Eckige kommt. Das erzähl mal den Amerikaner, der beim Basketball hockt, wenn der zehn Stunden keinen Korb sehen wird, dann würden die die Sportart aufhören, die würden sich einfach einstampfen. Absolut, und dann ist glaube ich auch klar, wo das Hauptproblem liegt, ich glaube nicht, dass unsere Defensive so schlecht ist, ich glaube, dass es ihr halt wirklich dann auch ein mentales Problem ist am Ende, dass wir, wenn wir mal zwei machen, dass wir dann sofort fünf weitere kassieren, sondern dass wir halt einfach keine Tore machen und dann die Defensive oder auch ein bisschen stabiler stehen würde und wir weniger Gegentore kassieren würden, Du hast ja auch keine Entlastungsangriffe. Die Defensive steht immer unter Druck, da ist immer jemand vor ihnen und dann verlierst halt deinen Zweikampf, aber wir sind ja fast die in der gegnerischen Hälfte und wenn wir es sind, dann fangen wir uns ja auch meistens die Tore nicht, also ich weiß nicht, so krasse Kontertore haben wir gar nicht kassiert, das sind immer diese Handballtore, wo die eh die ganze Zeit uns irgendwie reindrücken und irgendjemand dann von seinem Gegenspieler weggeht oder Green haut dir das Tor des Jahres rein, solche Geschichten kriegen wir da ständig, weil wir halt den Ball auch nicht vom Tor fernhalten, aber keine Ahnung, also ich weiß langsam wie gesagt nicht mehr, was wir jetzt machen müssen und diese Plattitüde hart weiterarbeiten macht mich halt einfach psychisch fertig auch. Die Frage ist halt, bringt es ein neuer Trainer? Wir haben es ja schon mal im Vorgespräch angesprochen, nachdem der John Enox jetzt auch Dinge mal probiert, weiß ich nicht, also die Frage muss halt dann die sportliche Führung, finde ich, beantworten. Ist es jetzt am Ende ein qualitatives Problem der Mannschaft? Dann muss ich Aachen Bayerlotzer fragen, warum er halt vor der Saison sagt, die Mannschaft reicht aus oder liegt es daran, dass John Enox keinen Plan C oder noch nicht mal einen Plan B hat? Das müssen die sich halt beantworten. Und dann ist natürlich die Frage, wer macht es besser? Und da ist der Markt jetzt auch nicht sonderlich. Aber das ist... Wir tauschen einfach einmal mit Fürth. Die kriegen unsere sportliche Leitung und Trainer und wir kriegen ihre sportliche Leitung. Ich meine, ich verlange als Fan von Jan Regensburg ja nicht, dass wir mit 50 Punkten die Klasse halten. Ich weiß ja, als Jan Fan, dass es um den Ligaerhalt und gegen den Abstieg geht. Richtig. Aber was ich erwarte, ist, dass wir konkurrenzfähig sind. Und wir sind nicht konkurrenzfähig. Stimmt. Stimmt. Was mich als emotionalen Mensch am meisten fertig macht, ist dieses Gefühl, dass es niemanden interessiert, dass wir da gerade so schlecht sind. Und ich sage so, oh ja, weiter hart arbeiten. Und die Spieler sagen, ja, da haben wir halt da einen Fehler gemacht und hier einen Fehler gemacht. Aber jetzt ist ja wieder Trainingswoche. Ich weiß auch nicht, ja, also ich, natürlich ist es irgendwie scheiße, ein Chaos-Club zu sein. Aber ein brennender Mannschaftsbus bei Schalke ist mir da manchmal viel sympathischer als das, was dann bei uns manchmal ist. Wir können den RVV-Bus anzünden. Ja, genau, diesen neuen Jan-Bus. Blau der. Also ich, da muss ich kurz dazwischen gehen. Also, ich verstehe, was du meinst. Und ja, als emotionaler Jan-Fan verstehe ich doppelt, was du meinst. Aber wir sind auch, wenn wir jetzt diesen Tabellenplatz innehaben, den wir aktuell innehaben und auch, dass wir teilweise katastrophal spielen, sind wir kein Chaos-Club. Sag ich ja nicht. Da bin ich ja tatsächlich sogar auf. Ich bin froh, dass wir kein Chaos-Club sind, aber manchmal ist mir so ein brennender Mannschaftsbus bei Schalke schon sympathischer als diese Schlafmäßigkeit bei uns. Das wäre halt schön, dass jemand mal auf den Tisch schaut, weil wir das ganze Zeit das Gefühl von so einer Ohnmacht einfach haben. Und man tatsächlich, natürlich, das ist das ruhige Arbeiten beim Jan, das ich ja auch schätze, aber dass man sieht, dass die das da auch nervt, dass es den Ennox nervt, dass es den Bayer-Lotzer nervt, dass es die Mannschaft nervt. Das wäre schön, wenn man das irgendwie nach außen tragen würde und nicht immer dieses, natürlich ist es eine Vorgabe und es ist super schön, dieses ruhige Arbeiten. Das hat der Thion ja auch bei der Pressekonferenz gesagt. Es ist super wie hier, dass man damit umgeht mit der Situation. Aber ich stimme dazu, man hat irgendwie nicht das Gefühl, als würde da jemand richtig sauer sein. Wie Olli Heine in Osnabrück, die scheiß Bande zertreten hat zum Beispiel damals. Sowas, ja. Das vermisse ich tatsächlich auch. Einfach, dass die Mannschaft zeigt, dass sie das wirklich ankotzt. Man kann hier gegen Düsseldorf wirklich kämpferisch nichts vorwerfen können. Genau sowas wollen wir ja auch als Jahn-Fans sehen. Wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht, solange ich 100 Prozent gebe. Alles okay. Ich glaube, das ist auch der Kernpunkt, den du sagst. Und das hatte man halt bei einigen Spielen jetzt einfach nicht. Und dann kommt natürlich verständlicherweise Unmut auf. Ich finde das auf der einen Seite wirklich, ich finde das echt gut. Und ich meine das wirklich ernst. Ich finde das echt gut. Und ich finde das auch, einfach weil es auch nicht der Norm entspricht, dieses Fußballgeschäfts gleich. Also, was heißt gleich? Aber ich glaube, beim Münster-Spiel war das das erste Mal, wo dann Achim Beierlorz, ich glaube vom BR, wenn ich jetzt richtig informiert bin, das erste Mal so gefragt wurde, ja, Richtung Trainer, Richtung Joe Enochs. Und das war überhaupt keine Diskussion. Es war wirklich, also wirklich voll, vollstes Vertrauen in Joe Enochs, was ich ja wirklich gut finde. Weil, wie du schon sagst, A, wer wird es besser machen? B, liegt es überhaupt am Trainer? Weil am Ende steht ja nicht der Trainer am Fußballplatz und schießt die Tore oder kann sie schießen. Ist ja immer diese ganze Thematik. Und dann glaube ich, kommt aber jetzt noch eine andere Dynamik dazu, die wir vor zwei Jahren immer noch wissen, dass wir halt einfach aus der Vergangenheit hoffentlich irgendwie gelernt haben. Und dieses Thema lautet, wir haben offenkundig damals zu lange an Mersan-Zilin Begovic festgehalten. Und ich glaube, das ist jetzt so die, ich weiß nicht, ob man es jetzt als Angst betiteln kann, aber einfach so, hey, das ist noch nicht so lange her und damals haben wir so lange festgehalten, bis im Endeffekt nichts mehr zu gewinnen war. Joe Enochs hat den Abstieg im Endeffekt gemanagt oder abgewiegelt, konnte da nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, sind jetzt gerade so zwei Welten, in Anführungszeichen, die jetzt aufeinandertreffen. Und ja, das ist, glaube ich, so was im Moment so diese Diskussion auch irgendwo auslöst. Natürlich ist es auch ein bisschen Hilflosigkeit. Und ich habe es im Vorgespräch gesagt, Trainings gegangen, hat sich zeitlich und gesundheitlich nicht ausgegangen, aber natürlich können wir es jetzt ganz schlecht einschätzen, weil wir sind halt nicht dran an der Mannschaft, aber deswegen fand ich die heutige Pressekonferenz ein bisschen besser, weil er halt mal was erklärt hat, was mich auch so ein bisschen aufgeregt hat, auch das TVA-Interview von Bayer Lords und so. Jocken sich halt rein und sagen dann so, ja, wir wissen, woran es liegt oder im Jahr müssen wir halt weniger Tore kassieren und so. Nein, aber wenn wir schon ein anderer Klub sind, ja, und die Trainer nicht sofort entlasten, dann will ich aber auch hören, was habt ihr denn an Fehler ausgemacht und wie wollt ihr sie wieder abstellen? Wenn wir, also wenn wir schon so ein Klub sind, dann möchte ich auch eine bessere Kommunikation mit Leuten wie uns oder mit Fans, aber die, aber wir werden da immer abgespeist mit irgendwelchen Fünf-Euro-Phrasen und sollen aber die Fresse halten, weil die, weil der Jahnweg so super duper ist und damit habe persönlich, ich mit meiner emotionalen Art halt ein riesengroßes Problem. Ja, ich verstehe auch nicht, warum wir am Ende wirklich auch so konkurrenzlos sind und das muss halt die sportliche Führung in Person von Achim Beuer-Lorze einfach klären, liegt es am Trainer oder an der Mannschaft? Weil Ulm hat eine Regionalliga-Mannschaft, muss man sie eigentlich mal so sagen. Genau, gut, wir sind damals auch mit einer Regionalliga-Mannschaft Fünfter geworden in der zweiten Liga am Ende in der Saison 17-18, aber wenn ich an die Saison 12-13 denke, wo wir auch viel weniger finanzielle Mittel hatten, also auch was, was die infrastrukturellen Voraussetzungen betrifft, abgeschlagen waren, selbst da hatte ich unter Oskar Corrociano das Gefühl, dass wir in den Spielen konkurrenzfähig waren. Später, als es dann Gerber selbst probiert hat mit seiner Hybris und dann sein Kumpel Franz Muder installiert hat, war natürlich auch alles chancenlos am Ende, aber zumindest selbst da, in der Saison, wo der DFB uns nach dem Aufstieg gefragt hat, ob wir wirklich aufsteigen wollen, ob wir dieses Himmelfahrtskommando antreten wollen, waren wir konkurrenzfähig und das Gefühl habe ich gerade nicht und mich würde echt interessieren, woran liegt es, weil wir, wie du es richtig sagst, diesen internen Blick nicht haben. Wir wissen nicht, was ist da zwischen Mannschaft und Trainer, ist da alles in Ordnung, ja, aber selbst wenn ich quasi sage, es sind die Spieler, muss ich doch dann als Trainer zumindest irgendwie ein paar Pläne haben, um einigermaßen mithalten zu können, weil ich meine, wir sind ja gegen den Zweitligisten auch aufgestiegen in der Relegation, das war ja auch kein Glück, ja. Würden manch andere anders betiteln, also ich habe letztes erst einen Podcast von einem anderen gehört und der hat gemeint, das war halt Brüdes Glück, weil wir 12 Meter geschenkt bekommen haben, aber das fast möchte ich jetzt auch nicht mehr aufmachen. Ich weiß nicht, ich finde, wir haben wirklich gute Phasen auch gegen Wiesbaden gehabt, also wir sind glaube ich schon zu Recht aufgestiegen, was man natürlich nicht sagen darf und dann, ich glaube, dass die Rückrunde letztes Jahr auch nicht sonderlich tolle war. Ich glaube, das spielt denjenigen, die den Trainer wirklich raushaben wollen, auch so ein bisschen in die Karten, dass wir einfach seit, jetzt fast einem ganzen Kalenderjahr, seit November eigentlich, nicht mehr richtig gut spielen. Ja, seit Agis tot, so blöd, wie es klingt. Boah, jetzt habe ich fast vergessen, was ich sagen wollte. Genau, dann ist aber tatsächlich jetzt die Frage, auch wenn wir die wahrscheinlich nicht vollends beantworten werden können, liegt es aus unserer Sicht am Trainer, liegt es nicht am Trainer und vor allem, ja, du hast das richtig gesagt, es ist jetzt ein Drittel gespielt, aber es ist auch erst ein Drittel gespielt. Was können wir jetzt tun? Also müssen wir höchstwahrscheinlich im Winter nachverpflichten? Da ist natürlich auch die Frage, was gibt der Transfermarkt her? Wer kommt Beutel her? Wer kommt, ist die nächste Frage. Also wie geht es jetzt lösungsorientiert weiter? Keine Ahnung, also du musst jetzt erst mal schauen, dass du irgendwie wieder die Kurve bekommst, weil du hast ja die Entscheidung getroffen, dass es mit Joe Eindrucks weitergeht. Jetzt ist eigentlich Quatsch, nochmal großartig, es fast aufzumachen. Jetzt musst du zumindest bis zur nächsten Länderspielpause aus meiner Sicht durchschauen. Und eigentlich, das war ja meine Konklusion und dann sind wir beim Thema vielleicht Mitgliederversammlung, du musst dich ehrlich machen und dich vielleicht komplett neu aufstellen, weil wenn Bayer Lorza nochmal so eine Transferphase nächstes Jahr macht, landen wir wieder in der Regionalliga, so blöd wie es klingt. Und ja, also da muss sich wirklich jeder hinterfragen, warum um Herrgotts Willen sind wir so abgeschlagen letzter und wieso haben die Transfer nicht eingeschlagen, obwohl sie vom Namen her super klingen und wieso fangen wir erst am neunten Spieltag an unsere Spielphilosophie zu überdenken, wenn es doch davor ein ganzes Jahr nicht geklappt hat mit Tore schießen. Das ist eine richtig gute Frage, also um deine Frage noch zu beantworten, ich finde, dass wir zumindest in der Offensive eigentlich ausreichend besetzt werden. Ich finde, dass Kai Bröger absoluter Zweitligaspieler ist. Auf der anderen Seite hätten wir den Dominik Cota, der es eigentlich auch könnte, ist glaube ich so ein einziger Kreativer so ein bisschen, der auch aus Gründen jetzt gegen Düsseldorf nicht gespielt hat, aber von der Qualität her traue ich ihm das definitiv zu. Ich finde, dass Ernst Fied definitiv Zweite Liga im Nacken haben und ich finde auch, dass Kühlwetter schon bewiesen hat, dass er ein Zweitligaspieler ist. Absolut. Absolut. Dann wäre eigentlich das naheliegende, warum können wir diese Spieler nicht ausreichend in Szene setzen? Also ich habe mir mal rausgeschrieben, ich glaube, Kühlwetter hatte 17 Chancen. Das sind knapp zwei Chancen pro Spiel und das sind keine irgendwie besonders gefährlichen, sondern sind alle Torschüsse quasi mit gemeint, auch aus meinem 16. mal drüber oder so. Warum können wir unsere Mittelstürmer zu selten in Szene setzen? Entweder Trainer oder das beginnt halt schon in der Defensive mit den defensiven Außen und dann wären wir bei dem Punkt, den wir vor Saisonbeginn angesprochen hatten, dass uns das einfach zu dünn ist. Was mir vor allem gegen Düsseldorf aufgefallen ist, dass Kühlwetter immer so steht, als würde eine scharfe Flanke kommen, aber es kommt nie eine scharfe Flanke. Also er steht immer zwischen Abwehrspieler und Torwart, also immer in diesem gefährlichen Raum, wo du diese scharfe Flanke von der Seite brauchst, um reinzukommen. Genau, aber wir sind die bis zur Grundlinie gekommen, es kamen nie Flanken und wenn die Flanken kommen, kamen sie immer hinten zum Sechzehner. Ja genau, also das ist mir auch aufgefallen, besser als gegen Paderborn, falls es da versucht worden ist, hat es da nicht geklappt, aber gegen Düsseldorf, dass zumindest immer mit so hohen Bällen auch versucht wurde, ein oder zwei Ketten zu überspielen auf die Außen und dann sollte wahrscheinlich von da die Flanke entweder zur Grundlinie oder da schon weitergehen, ins Zentrum rein. Also bis dahin hat es aber eigentlich ganz gut geklappt, fand ich, dass wir häufig auch wirklich bis an den Sechzehner gekommen sind, auch schön mit diesen etwas längeren Bällen, aber der Ball ist halt nie reingegangen und dann ist es halt vielleicht eine Qualitätsfrage, was die Außenspieler betrifft. Oder der Plan ist ineffektiv. Kühlwetter steht noch so, als würde ein Heidenheim stehen, aber müsste bei uns eigentlich eher beim Elfmeterpunkt stehen und nicht in diesem Fünferhalb Traum, weil bei uns da die Bälle nicht hinkommen. Also ist auch wieder Abstimmungsproblem, diesmal halt offensiv. Also das ist genau das, was mich halt so aufregt, dass sich es manchmal wirklich so anfühlt, als würden die in ihrem Leben noch nie zusammengespielt haben. Und das ist dann schon irgendwie Trainingsgeschichte. Ja. Ja. Die Frage, wer macht es besser? Also Trainer rauswerfen ist natürlich immer eine Möglichkeit, dass man sagt, hey, es geht nicht mehr so weiter. Ich bin jetzt mittlerweile auch der Meinung, oder was heißt mittlerweile, dass es jetzt der falsche Zeitpunkt wäre. Man hätte Joe Enox entweder schon beurlauben müssen. Jetzt musst du auf jeden Fall die Spiele gegen Nürnberg und Elversberg in der Liga abwarten, mindestens, wenn nicht auch das Spiel gegen Schalke. Und dann muss man, glaube ich, nochmal neu gucken. Aber wenn man sich dann dazu entscheidet, doch irgendwie, weil es dann wieder nur vier Niederlagen gab oder vier hohe Niederlagen, ob man reagiert. Aber da ist die Frage, wer? Ja, du hast halt mit Joe Enox eigentlich jemanden, der mit ganz wenig Mitteln immer den Abstieg abgewendet hat bei Zwickau oder wo er war. Osnabrück auch. Und Osnabrück auch, ja. Wobei er hat er auch, glaube ich, oben auch mitgespielt. Genau. Und ja, und die Erfahrung scheint uns jetzt gerade nicht so viel zu bringen. Aber wie gesagt, vielleicht gewinnen wir die nächsten drei Spiele, weil er jetzt den taktischen Meisterkniff macht. Aber wenn es dem nicht so ist und da haben wir ja dann viel Zeit in unserer Winterfolge wieder, in unserer Weihnachtsfolge, dann würde ich mir langsam mal wieder irgendeinen jungen, wilden Trainer wünschen, der sich auch selber noch die Spuren verdienen will, meinetwegen 16 Stunden am Tag auf dem Trainingsgelände ist und nicht jemanden, der wie der Mersat halt einfach schon einfach eine Ikone hier war und unangreifbar war oder jemand, der halt schon sich irgendwo bewiesen hat, sondern wieder mal irgendjemand unbeschrieben ist. Hör ich da Tobias Schweinsteiger? Wäre natürlich super. Aber der ist aus Jansi nicht unbeschrieben. Ah ja, okay. Ja, stimmt auch wieder. Aber natürlich, Tobias Schweinsteiger mag ich halt von der Person her, weil zu der Zeit war es eigentlich recht cool, weil der hat immer alle seine Bayern-Kumpels in die Stadt zum Feiern mitgenommen und dann kannst du auch mal mit dem Gomez im Suite auf der Tanzfläche abgehen. Es ist halt, glaube ich, so schwierig, aber das hat jeder Verein, der einen sympathischen Trainer hat, also aus meiner Sicht, es steht halt dieses, diese menschliche Komponente und wir sind weit davon entfernt, menschlich zu urteilen, weil A können wir das nicht und B wäre es auch nicht fair. Aber ich finde einfach Joe Enoch ist ein cooler Typ. Ich mag den, ich finde den super, ich finde, dass der auch zum Jans passt. Aber auf der anderen Seite haben wir halt einfach im Moment die sportliche Situation, die wir haben, wir brauchen nicht drum herumreden, dass wir, wenn wir aus, wie viel haben wir gesagt, neun oder zehn Spielen ein Tor schießen, das heißt mit Pokal zwei Tore und da stehen, wo wir sind, dann greifen natürlich auch irgendwo die Mechanismen dieses Geschäfts und das ist halt einfach jetzt irgendwie, ja. Ja, wenn wir halt wenigstens konkurrenzfähig wären, ja, wo man sieht, wir sind, wir können theoretisch zweite Liga, aber die anderen sind halt einen Ticken besser oder so, ja, aber es sind ja auch Spiele mit Licht und Schatten gewesen, wo wir wirklich einfach keine Chance gehabt haben. Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, weil das auch, glaube ich, im letzten Podcast, auf jeden Fall in einem Podcast hat das der Matze erwähnt, hat er öfter das Spiel gegen Hertha BSC erwähnt. Da, ja, wir haben am Ende verloren, wir haben spät verloren, aber da ging es um die Art und Weise und ich glaube, wenn wir so spielen würden, klar, auch nicht schön und wenn wir am Ende auch verlieren und wieder keine Punkte oder das Düsseldorf-Spiel für sich gesehen, ja, hätte ich kein Problem mit, ja, dann ist es, ja, scheiße, du hast verloren, du hast wieder keine Punkte, aber wie du schon sagst, man hat das Gefühl, man ist konkurrenzfähig, man kämpft, man ist dabei, aber wenn du halt dann so Spiele hast wie zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten, zum Beispiel Münster und du lässt dich 3-0 abschießen, wo du durchaus noch das 0-4 oder das 0-5 bekommen hättest können, dann ist es halt schwierig. Und dass sogar Magrides trifft, der frei aufs Tor, aufs leere Tor zuläuft und ihn fast noch daneben sitzt, ja, das trotzdem, also, oh, aber jetzt wird es wieder, ja, du hast vollkommen recht, Lukas, du hast vollkommen recht, ja. Die größte Themenwirkung ist, wenn Magrides gegen dich trifft. Der hätte den wirklich fast sogar noch daneben gesetzt, schaut euch das noch einmal an, der läuft frei auf unser leeres Tor zu und hätte den fast noch daneben gesetzt. Aber ich glaube, beim Spiel gegen den, Münsterer auch mit der Verletzung von Schönfelder, da, das war so ein gebrauchter Tag, da kam alles zusammen. Ja, das heißt, ich weiß schon, aber trotzdem auch vielleicht, weil mir das schon allwichtig ist, noch den Punkt mit reinzubringen, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht mehr so groß abhandeln kann, aber nach wie vor, auch in dem Spiel gegen Düsseldorf, was da von der Hans-Jakob-Tribüne kommt, ist, glaube ich, einmalig. Da kommt kein böses Wort, da kommt Support, bis zuletzt. Das ist auch nicht selbstverständlich, das muss man auch mal ansprechen und das finde ich, also, ich habe es damals schon gesagt in der Übertragung, alle Hüte, ich ziehe da wirklich alle Hüte, weil das finde ich super. Aber du wirst ja sagen, du würdest auch gerne mal den brennenden Bus sehen. Ja, deswegen hocke ich mich ja jetzt meistens auch immer auf die Medientribüne, weil, wenn ich dann nach dem Spiel da in mich reingrantel, finde ich das, mein Fanclub auch immer nicht so geil, dass ich dann, dass ich dann immer noch auf, ja, maximalen Schmerz bin. Deswegen ist glaube ich auch ganz gut, dass wir auf der gegenüberliegenden Seite hocken und nicht sofort in der Mixed Zone sind, weil sonst könnte ich glaube ich auch für nichts gradatieren, wenn ich nach so einer Niederlage in der Mixed Zone dann auf einmal stehe. Ja, ich finde das vielleicht auch wieder ein Punkt jetzt, der für die Psychologie spricht, dass vor allem nach diesem Hertha-Spiel einfach so ein bisschen was kaputt gegangen ist auch. Ich meine, das Spiel gegen Hannover, erstes Saisonspiel für viele erste Mal zweite Liga, können wir abhaken, es war ganz, ganz klar verloren und auch völlig unwichtig, dass wir da verloren haben. Danach waren wir besser, das Spiel gegen Ulm haben wir glaube ich verdient gewonnen. Gegen Hertha waren wir richtig gut, hätten eigentlich auch führen müssen, dass du das am Ende halt verlierst. Okay, sei es drum, das kann man auch vielleicht noch unter Lehrgeld abbuchen. Aber bis dahin war ich hoch zufrieden mit der Saison, auch mit der Punkteausbeute und mit dem Wie. Aber nach dem Berlin-Spiel ist halt irgendwas passiert. Ja und vor allem, es ist ja auch erst in der Halbzeit irgendwie passiert, weil die erste Halbzeit gegen Fürth warst du auch überlegen und war echt gut. Und dann sind wir in diese Halbzeit rein und sind rausgekommen und waren auf einmal kein Zweitligisten mehr. Weiß nicht, vielleicht haben die sich da gestritten oder so. Ja und das wird halt dann tatsächlich einfach auch für den Aspekt Kopf sprechen. Ja, wenn du halt dann 0-4, also so ganz bitter in Berlin verlierst, wenn du 0-4 gegen Fürth aufs Maul kriegst, wenn du 5-0 beim HSV verlierst und dann das Duell gegen Preußen Münster, dann liegt es auch plötzlich, obwohl das anders geplant war, 0-1, 0-2 hinten, dann ist vielleicht irgendwann auch schon nach dem siebten Spieltag oder was das war, nach dem fünften, sechsten Spieltag die Luft raus. Würde vielleicht für einen Mental-Coach sprechen oder einen Mannschaftspsychologen. Ja, da drehen wir uns wieder im Kreis. Das ist das Lieblings-1889-FM-Thema. 2013 hat angerufen, das möchte seine Ideen zurück. Vielleicht sollte man mal eine Patreon-Kampagne machen oder eine Kickstarter-Kampagne, Psychologen für die erste Mannschaft vom Jahr, um das jetzt mal zu verifizieren, ob das was helfen wird. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir jetzt aus den nächsten Saisonspielen die ausreichenden Punkte holen, dass wir noch ein echtes Wörtchen um den Klassenerhalt mitsprechen könnten. Das heißt, wir müssen den Nürnberg gewinnen. Das ist jetzt auch kein Satz, der einem leicht über die Lippen geht, weil das jetzt auch keine Dorftruppe ist. Aber wenn wir drinbleiben wollen, müssen wir irgendwann gewinnen und anfangen. Und das heißt auch, dass wir gegen Elversberg gewinnen müssen, auch wenn das mittlerweile ein stabiler Zweitlig ist, ganz offensichtlich ist. Also da müssen wir jetzt einfach mal zwei Spiele in Folge gewinnen. Dann spielst du gegen Schalke, die auch nicht gut dabei sind. Das Pokalspiel gegen Fürth kann vielleicht auch Kräfte freisetzen. Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ja, und Fürth. Ja, fünf Euro ins Frasenschwein. Fürth hat er auch erst gestern reagiert. Genau, nach einem 0-4 gegen den Klub. Also die nächsten drei, vier Spiele sind jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und dann müsste man sich nochmal zusammensetzen, auch in der sportlichen Führung und nochmal einen Kassensturz machen. Weil wir dann halt Mitte November haben, dann sind 13 Spiele um. Das ist dann mehr als ein Drittel der Saison. Und dann haben wir auch nochmal wichtige Spiele gegen Braunschweig zum Beispiel, gegen Darmstadt hinten raus, wo es auch schlagbare Gegner gibt. Ja. Gegen Magdeburg und Köln und so weiter rechnen wir schon gar nichts mehr aus. Aber wir müssen jetzt punkten. Ansonsten können wir für die dritte Liga planen. Das ist einfach so. Ja. Das stimmt. Ja, da will ich auch gar nicht großartig zu sagen. Viele, die hier zuhören, sind vielleicht auch Vereinsmitglied. Deswegen möchte ich dazu aufrufen, am 12.11. unbedingt zur Mitgliederversammlung zu gehen. Da ist einiges geboten. Es wird ein kompletter neuer Aufsichtsrat gewählt. Und es gibt drei Mitgliederanträge, die ich für sehr spannend halte, vor allem auch aus demokratischer Sicht. Zum einen soll man wieder unseren eigenen Vorstandsvorsitzenden, also den Präsidenten, wählen können. Bis jetzt wird der quasi vom Aufsichtsrat bestimmt. Und jetzt die Fans wollen, dass der eben bei der nächsten Wahl, also bei der übernächsten Wahl dann, ich weiß gar nicht, ob das so vorgültig ist. Ich glaube nicht. Kommt darauf an, wann der Antrag dann abgegeben wird. Vielleicht bei der nächsten Amtszeit. Aber auf jeden Fall so, dass halt wieder die Mitglieder den Aufsichtsrat wählen dürfen. Vorstandsvorsitzenden meinst du? Die Mitglieder, den Vorstandsvorsitzenden, den Aufsichtsrat dürfen sie sowieso wählen, ja. Und das haben sie sich, glaube ich, also das haben sie uns damals abgeschwatzt, glaube ich, bei der Jahn 2000-Gründung. Das holen wir uns jetzt quasi wieder zurück. Der Jahn will es nicht. Also die haben schon in den Mitgliederbrief reingeschrieben, dass sie ja raten, Nein zu stimmen. Für den Antrag jetzt. Genau, dass man den ablehnt. Aber ich würde aus Fansicht zustimmen. Deswegen ist es wahrscheinlich interessant, zumindest sich mal die Argumente anzuhören, auch von denen, die den Antrag eingereicht haben. Also es geht aber um was halt. Also es ist jetzt nicht irgendeine Mitgliederversammlung, wo man nur zum Wischel-Essler hingeht. Ja, das ist definitiv, ja. Es gibt einen Antrag, dass die nächste Mitgliederversammlung Hybridveranstaltung werden soll. Das kenne ich bei uns in der Politik. Es ist eine coole Idee, glaube ich. Aber organisatorisch halt richtig viel zu stemmen. Ja, das musst du ja dann auch mit den Abstimmungen und so weiter wirklich auch. Du musst halt dann am Ende, also ich kenne es bei uns, es war ja damals bei Corona, konntest du ja auch keinen Präsenzparteitag machen. Bist du alles mit so einer Software abgestimmt. Ja, eben. Und dann musst du quasi das nochmal ausdrucken, unterschreiben, abschicken und erst dann sind die Beschlüsse gültig. Ja, das muss ja trotzdem noch eine geheime Wahl sein. Also das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wolltest du schon Kommentare überhaupt? Nö, ist egal. Aber ja, also müssen die Mitglieder entscheiden. Ich würde sagen, das ist jetzt der unwichtigste Antrag. Ja, definitiv. Es gibt noch einen, der dritte Antrag umfasst die Möglichkeit, die Frist für Anträge auf Satzungsänderung auf den 31.8. zu verlängern. Dies war bisher nur bis zum 31.3. möglich. Und das macht schon Sinn, dass man zwei Monate vor der Mitgliederversammlung, glaube ich, noch einen Antrag anreichen kann. Ja. Auch wenn es für alle Beteiligten vielleicht ein bisschen mehr Arbeit ist. Das ist nochmal, ja, aber zwei Monate müsste lang, das in ein Antragsheft zu publischen. Deswegen, und wie gesagt, alle Aussichtsräte werden neu gewählt. Ich habe jetzt die Namen nicht da, aber die lesen sich relativ alle vernünftig. Auch einige alten Janspieler dabei. Baumeister zum Beispiel ist auch dabei als alter Geschäftsführer. Man kennt sie, glaube ich, als Jansfan. Und da kann man, glaube ich, nicht so viel verkehrt machen. Dann muss man halt die wählen, die man meint, die am besten für den EV sind. Ja, Hauptsache man geht wirklich hin, weil das wirklich die Institution ist, die Mitgliederversammlung hier in unserem Verein, dass wir mitbestimmen dürfen, dass wir auch als Mitglieder mit darüber bestimmen, in welche Richtung es geht. Deswegen, guter Appell. Auf jeden Fall hingehen. Der nächste Podcast ist dann wahrscheinlich nach Elversberg. Deswegen, wie viele Punkte holen wir aus den nächsten zwei Spielen und kommen wir im Pokal weiter? Lukas, du darfst. Ich habe mir ja schon vor ein paar Tagen Gedanken gemacht. Wir haben ja eigentlich ursprünglich die, diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, für letzte Woche geplant, aber du warst krankheitsbedingt verhindert. Tut mir leid immer noch. Nein, oh Gott, das war kein Vorwurf. Und da habe ich mir auf meinen kleinen Zettel aufgeschrieben, ich würde tatsächlich auch dabei bleiben, wir holen gegen Nürnberg einen Punkt, weil ich glaube, die entweder sie unterschätzen uns brutal oder haben immer noch den Höhenflug von diesem 4 zu 0 oder es ist einfach Nürnberg, die am einen Spieltag, weiß ich nicht, 4 zu 0 gewinnen und am anderen Spieltag einfach 3 zu 0 verlieren. Also ich hoffe und tippe auf einen Punkt und dann mache ich es mir ein bisschen leicht. Ich glaube, dass wir entweder im Spiel gegen Nürnberg oder im Spiel gegen Schalke 3 Punkte holen. Also gehen wir da, auch wenn ich jetzt ein Spiel mehr genannt habe, als du gerade aufgeführt hast, hoffentlich mit 4 Punkten raus und führt es für mich eine totale Wundertüte. Ich glaube aber trotzdem, dass wir auch aufgrund des Ligaspiels noch eine Rechnung offen haben und wir kommen ganz knapp, vielleicht auch ein bisschen unverdient, aber wir kommen im Elfmeterschießen weiter. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Ich traue mich auch keinen Tipp abgeben. Ich glaube, dass wir alle drei Spiele gewinnen können. Ich glaube, dass Elversberg der schwierigste Gegner ist, dass wir da wahrscheinlich nicht gewinnen werden. Pokal, ich wiederhole mich, eigene Gesetze und ich glaube auch, dass die Mannschaft das tatsächlich ein bisschen losgelöst vom Liga-Alltag sehen kann, dass sie sagen, hey, Bochum haben wir Bundesligisten geschlagen, das ist ein anderer Wettbewerb, da sind wir voll dabei, voll im Soll, dass das vielleicht nochmal ein paar neue Kräfte irgendwie freisetzt, halte ich eine Wahrscheinlichkeit, dass wir da verlieren, relativ gering, zumindest nach 90 Minuten und gegen Nürnberg kann auch alles passieren. Also ich glaube, dass wir in der Lage sind, da zu gewinnen, knapp zwar, aber dass wir in der Lage sind, da zu gewinnen, aber ich glaube auch, dass wir wieder richtig auf die Socken kriegen können. Deswegen traue ich mich keinen Tipp geben. Ich glaube, wir können alle Spiele gewinnen und hoffe, dass wir alle Spiele gewinnen. Ja, mindestens zwei davon gewinnen und es führt unentschieden nach 90 Minuten. Aber das ist sehr optimistisch. Also, ich traue mich keinen Tipp abgeben. Also Tobi tippt sechs Punkte und weiterkommen gegen Fürth. Dann tippe ich in null Punkte und ausscheiden gegen Fürth und wir hocken bei der nächsten Podcast-Ausgabe da und reden über das Gleiche. So, danke, dass ihr da wart und schauen wir mal, wie die Stimmung bei der nächsten Aufnahme ist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, macht's gut. Ciao, servus. Ciao, servus. noch ein Mini-Unterstützer. Dank zum Schluss. Dank eurer Spenden ist heute ein großes Paket eingetroffen. Ich habe noch weitere Kopfhörer bestellt, sodass ich auch, wenn ich mehr als ein Gast habe, mit meinem eigenen Equipment aufnehmen kann. Sonst habe ich mir oft das Turmfunk-Equipment ausgeliehen und dann muss man immer wieder zum Jahrenstadion und schauen, wie man es wieder hinbekommt und zurückbekommt. Das macht die Sache für mich ein bisschen angenehmer und vielleicht auch einfacher auch mal eine Sonderfolge aufzunehmen oder wenn es wieder mal grieselt oder der Trainer entlasten wird, dann kann ich vielleicht auch schneller reagieren als sonst. Deswegen danke für eure Unterstützung. Das hat mir den Puffer natürlich auch ermöglicht. Seit der letzten Folge ist auch eine Spende über Paypal noch eingekommen. Danke, Heiko, an dich. Wer 1889fm unterstützen möchte, auch einfach in die Shownotes gucken oder auf 1889fm.de ins Menü und dann einfach unter Unterstützen schauen. Dort findet ihr die Paypal-Adresse und natürlich auch eine ganz normale IBAN, wo ihr unterstützen könnt und wenn ihr mehr als 5 Euro überweist, dann könnt ihr eure Adresse angeben und es gibt auch noch ein paar Sticker zugeschickt. Danke also nochmal für eure tatkräftige Unterstützung, für alle, die schon geleistet haben, für alle, die noch werden und natürlich trotzdem auch alle Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö.